Ich lerne Deutsch. Nummer 1439 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Stimmung ist festlich. Die ganze Familie singt Weihnachtslieder. Mein Vater begleitet uns auf der Orgel. Die Stimmung ist festlich. Die ganze Familie singt Weihnachtslieder. Mein Vater begleitet uns auf der Orgel. Die Stimmung ist festlich. Die ganze Familie singt Weihnachtslieder. Mein Vater begleitet uns auf der Orgel. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Unser Leitungswasser wird regelmäßig kontrolliert. Du kannst es bedenkenlos trinken. Unser Leitungswasser wird regelmäßig kontrolliert. Du kannst es bedenkenlos trinken. Ich kann es auf einem Tablet viel besser sehen als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm. Ich kann es auf einem Tablet viel besser sehen als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm. Nach dem Training spüre ich eine starke Verspannung im Nacken. Nach dem Training spüre ich eine starke Verspannung im Nacken. Ich arbeite in einem Labor. Gemeinsam mit vielen Kollegen teste ich Impfstoffe. Ich arbeite in einem Labor. Gemeinsam mit vielen Kollegen teste ich Impfstoffe. Ich bin Merle, arbeite seit fünf Jahren in dieser Gärtnerei und kümmere mich um Pflanzen und Kunden. Ich bin Merle, arbeite seit fünf Jahren in dieser Gärtnerei und kümmere mich um Pflanzen und Kunden. Nassrasierer sind die besten Rasierer für Anfänger. Nassrasierer sind die besten Rasierer für Anfänger. Nassrasierer sind die besten Rasierer für Anfänger. Die Nassrasierer reizt die Haut weniger. Hinten können die Haare noch kürzer sein. Ich finde, das sieht besser aus. Reginas Puppe trägt das gleiche Kleid wie sie. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. In Frankreich haben wir in diesem Hotel übernachtet. Das Gebäude ist 500 Jahre alt. In Frankreich haben wir in diesem Hotel übernachtet. Das Gebäude ist 500 Jahre alt. Ich stelle mir viele Fragen. Wer gibt mir die Antworten? Ich stelle mir viele Fragen. Wer gibt mir die Antworten? Gib mir bitte den Elektroschrauber. Damit geht es schneller. Gib mir bitte den Elektroschrauber. Damit geht es schneller. Gib mir bitte den Elektroschrauber. Damit geht es schneller. Zweimal täglich Zähne putzen. Das gilt ein Leben lang. Bei richtiger Behandlung können die Zähne 80 bis 90 Jahre lang halten. Zweimal täglich Zähne putzen. Das gilt ein Leben lang. Bei richtiger Behandlung können die Zähne 80 bis 90 Jahre lang halten. Mach deine Oma wieder so eine leckere Gemüsesuppe wie beim letzten Mal? Mach deine Oma wieder so eine leckere Gemüsesuppe wie beim letzten Mal? Soll ich versuchen, die sechs alten Bücher auf dem Flohmarkt zu verkaufen? Soll ich versuchen, die sechs alten Bücher auf dem Flohmarkt zu verkaufen? Wenn du an Geräten oder im Boxring trainierst, sind Bandagen ein wichtiger Schutz für deine Hände. Wenn du an Geräten oder im Boxring trainierst, sind Bandagen ein wichtiger Schutz für deine Hände. Die häufigsten Haarprobleme sind trockenes oder fettiges Haar, Schuppen und Haarausfall. Die häufigsten Haarprobleme sind trockenes oder fettiges Haar, Schuppen und Haarausfall. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Und dann gib uns bitte, das Buch. Und dann gib uns bitte, das Buch. Und dann gib uns die Hände. Ja, dann gib uns die Hände. Und dann gib uns die Hände. Vielen Dank.